Hallöchen, jeder draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Folge. Anno 1800, Endlosspiel in Fortgeschritten und in Entspannt. Und ich bin Isivana von Schmuffluss und schön, dass ihr da seid. Ja, diesmal ein ganz anderes Bild. Die Arktis haben wir jetzt nicht lang genug angeguckt, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir ein bisschen ans Kap gehen? Und zwar würde ich gerne hier die letzten Ausstellungen noch füllen. So, wir brauchten eine Attraktivität von 7600. Mal schauen. Die Palastreichweite. Wie weit geht die? Nicht so weit. Oh je 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 je. Okay, wir schlingern die Expedition. Eine Handvoll Duplonen. Okay, wir sind bestohlen worden. Und bauen ein Fluss. Oh nein. Entzüchteinige Pferde abkaufen. Hier. So. Absolut sicher. Kriegst du da. Gut. Aber was mach ich denn mit diesem Bild? Hallo? Hm. In den Wellen geboren. In den Wellen gestorben. Hab ich da jetzt nicht ein Pferd bekommen? Ne. Okay, komisch. Hab ich da irgendwas übersehen? Okay, naja. Äh, wir brauchen mehr Module. Das heißt... Wir bauen hier überall... So. Ein paar schöne Palastflügel dazu. Und schauen, dass hier... Wie kann ich das jetzt antreten? Mit STRG V? Ne, STRG C. Auch nicht. Schiff V. Oh, Schiff V ist... So umändern. Okay. Ah ja, super. Das ist Nummer 7. Gibt ja auch Attraktivität mehr. Nettlich musste ich irgendwie drehen. Wie geht denn das? Ich hab keine Ahnung. Hm. Tisch hier auch. Kann man das packen? Ne, da kann man nur das ganze packen. Das ist so blöd. Aber irgendwie ging das. Ich weiß nicht. Hm. Wie irgendein Tastenkürzel war das. Ich probiere da jetzt alles durch hier. Ne. Na gut. Ein andermal. Ich werde das schon irgendwie rausfinden. So. Bis dahin schaut es halt noch ein bisschen so komisch aus. Hier, lieber so ein Stück und so ein Stück hier. Wow. Wollte mal gucken. Ähm. Jetzt ist wieder meine Kreativität gefragt. Ups, was war hier denn hier? So. So. Na bitte. Huh. Gibt die richtig ab hier. Was? Wir haben alle Ministerien und Richtlinien ihres Palasts freigeschaltet. Doch das war noch nicht alles. Steigern sie die Attraktivität ihrer Stadt und erreichen sie höhere Prestigestufen, durch die die Effekte ihrer Ministerien verstärkt werden. Okay. Also wir haben Prestigestufe nicht mal eins. Hm. 9000 gibt's die erste. Na gut. Und wir haben hier Verladegeschwindigkeiten. Wir haben hier 1400. Auch 1400 Verladegeschwindigkeiten. 14 Tonnen pro Sekunde. Äh. Aber auch nur, wenn eine Hafenmeisterei angeschlossen ist, oder? An den Palast. Natürlich. Ja. Okay. Dann brauchen wir mehr Flügel. Okay. So kann ich das schon drehen, ja? Ja. So kann ich das schon drehen, ja? Äh, was mache ich hier? So, ja. Noch ein Eck rein. Ja, hat schon was, hm? Der Palast. Noch ein Eck rein. Einfach intuitiv ein bisschen bauen hier. Ja. Sechs. Wow, ja. Geht schon ab hier, die Reichweite. Muss man hier mal ne Steinstraße machen. Na ja, fast. Das muss hier um, das gefällt mir nicht so ganz. Na ja, sechs Module haben wir noch Platz, irgendwie. So ein T-Stück vielleicht gibt es so, ja. Ist das ein T-Stück? Das ist das T-Stück. So. Ich hab noch nicht mal ne Ahnung, wo ich den überhaupt hinbauen soll. Aber hey, okay. Ich hab's. Die Reichweite der Reichweiten. Okay. Wenn ich hier, das hier. Oh, kann ich nicht einzeln nehmen. So doof. Also einzeln muss ich das alles verschieben. Oder? Ja, ja. Ja, das ist doof. Nein. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Ja, das kann schon sein, Nate. Das kann schon sein. Ach ja, ein bisschen verschieben hier. Ganz schnell. So. Na gut. Soll ich mal hier nach unten fahren. Zack. Ah, nee. Mein Palast ist einfach noch zu... Zu kurz. Wenn ich den aber verschiebe, nach hierher. Weg damit. So müsste es auch gehen. Machen wir hier eine Verbindung mal rein. Ja. 16,5 Tonnen. Yeah. Sehr gut. Sie speicherstatt auch. Ja. Nice. So mag ich das. Okay. Wir brauchen die Bushaltestelle wieder. Die ist hier. Okay. Nicht, dass unsere Touristen nicht mehr zum Palast kommen. Ich meine, der schaut doch eh so schön aus. Hier haben wir irgendwo... noch so Sprengbründelchens. Äh. Äh. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Was zum Abschließen. Haben wir natürlich nichts dabei. So. Wow. Da schaut sie jetzt. Da Bänke. All die sagenhaften Länder existieren. Nice. Ja. Ansonst. Okay. 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 Ja. Ein paar Kirschbäume. Ich liebe Kirschbäume. Und hier ein paar Beete. Oh. Oh. Nein. Da machen wir eine Straße rein. Und ja, der Rest wird mit Bäumen aufgefüllt. Wir reden hier vom Nachwuchskabinett. Okay. Okay. So. Ein bisschen begrünen hier. Nice. Und dann fahren wir noch in die Straße. Das wird alles wieder verschoben. Ich mache mir so viele Beziehungen zum Süden. So. Das ist aber nicht realistisch hier. Mal auch das weg. Oh nein. Oh. Oh nein. Boah. Gott sei Dank ist das andere alles nicht zusammengefallen. Das will ich. Tschüss. Teller auf und se. Ja. Schaut doch mal ganz schön aus, würde ich sagen hier. Idylle mitten im Palast. Natürlich richtige Platzverschwendung. Aber hey. Aber was wird uns bei der Expedition los? Ich kenne mich nicht so, wenn ich mich nicht so kenne. Okay. Meuterei. Die werden gleich im Keim erstickt. Das geht ja gar nicht hier. Ja. Ich liebe diese... Springbrunnerne. Oh. Ich liebe sie. Ich muss unbedingt eine Weltausstellung machen mit noch mehr Architektur. Okay. Filz. Filz. Braumarm. Oh. Mein Schiff ist wieder da. Äh. Fertig, meine ich. Okay. Aber wir machen mit diesem Schiff... Filz. So. Mal gebackene Bananen. Hallo. Nein. Tortinias. Und Filz. Irgendwie könnte ich ne Frute machen, aber hey. So. Und du? Bereits zum Abheben. Ja, schön. Ab in die Arktis mit dir. Boah. Was darf es sein? Okay, ist das... Die krasse ist der Geschwindigkeit der Geschwindigkeiten? Nein. Okay, okay. Doch. Okay, ich glaube, ich hätte den nicht bauen sollen. Oh man, ey. Da schläft man doch ein. Naja. Wird schon irgendwie werden mit dem Schiff. Wenn ich es selber machen könnte, hilfst du einem alten Mann aus einem Hut, por favor? Mh. Hier irgendwo laufen Krokodile rum. Wahrscheinlich habt ihr sie schon gefunden. Ah, hier ist eins. Krokodile. Yeah. Zwei vor fünf. Drei vor fünf. Jetzt geht's ab hier. Jetzt könnt ihr den Regen blassen. Hm. Krokodile. Haben wir hier einen Marktplatz überhaupt? Ah ja, hier. Meistens tummeln die sich auch beim Marktplatz rum. Weil da, wo es am meisten Leute zu beißen gibt, auf jeden Fall. Hier. Vier von fünf. Und fünf von fünf. Nice. Oh. Klingt mal das krasseste Item überhaupt. Gut, wo ist hier die Einwohneraufgabe? Ah, hier. Aha. Okay. Zeig mal. Die revolutionäre neue Idee. Enttäusch mich jetzt nicht. Ja? Natürlich haben sie's geschafft. 20 Tortillas, ey. Ich fass es nicht, ey. Äh. Okay. Na, unser Palast. Bisschen verschönern. Wo sind eigentlich diese Lilienfelder, die man da so mal bekommen hat in Quests oder so? Spezial? Ja. Schachtische? Nee. Tja, keine Ahnung. Da gab's doch so tolle Lilienfelder. Die konnte man anklicken, dann sind die irgendwo aufgelistet worden. Bente, 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 Bente. Hier ist Jahrmarkt. Hier vielleicht? Hier. Ja. Eckenlabyrinth. Ein Bogengang. Äh, nee. So machen wir das nicht. Ich mag das. Das ist wieder ein paar Bäume. Bäume dürfen nie fehlen. Sit. Ah, schön. Ja, das stimmt, ey. Wow. Okay. Nicht, dass es mir schlecht wird, ey. Hallo. Na, wie gefällt euch meine Stadt? Ist es nicht schön hier? Kann man da rüber gehen? Ja. Nice. Boah. Hilfe, Hilfe. Hier geht's doch nach links rein, irgendwo, oder? Hier, nee. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Naja. Ja. Ist ja echt cool geworden. Dieser Ausmaß. Atemberaubend. Da vorne ist das Luftschiff. Schöne. Oh. Ach, 1.800 ist schon schön. Ja. Ja. Ich muss noch ein bisschen hüpfen. So. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja. Und abonniert den Kanal, damit ihr mich so verpasst. Ich freue mich immer sehr drauf. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.